Hi, es ist Montagmorgen und damit startet eine neue Woche hier in Berlin und ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit, nachdem es letzte Woche irgendwie nicht so geklappt hat, weil alles ein riesiges Chaos war. Und ich habe für diese Woche noch gar nichts so wirklich geplant, also ich bin nicht irgendwo verabredet oder es stehen irgendwelche Termine an, außer halt Arbeiten gehen jeden Vormittag. Aber deswegen dachte ich, stelle ich diese Woche so ein bisschen unter das Thema Selfcare und so, weil das einfach in der letzten Woche ein bisschen kurz gekommen ist und nehme euch da einfach ein bisschen mit, was ich so mache. Jetzt haben wir aber erst mal 8 Uhr und für mich geht es ab ins Büro. Ich habe mich schon ready gemacht und laufe jetzt zur S-Bahn. Und dann fahre ich erst mal ins Büro und dann sehen wir uns heute Abend wieder, wenn ich Feierabend mache. Und das ist generell das Ding, das Ganze hier passiert mit einem 9-to-5-Job. Also nur weil du arbeiten gehst, heißt das nicht, dass du dir keine Selfcare-Time gönnen kannst. Und ja, da hinten trocknet noch meine Wäsche, die habe ich nämlich gestern komplett durchgewaschen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Es ist Nachmittag und ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich muss jetzt gleich noch von hier ein bisschen was machen. Aber ich war gerade auf dem Weg noch bei DM und ich dachte, ich zeige euch das ganz kurz, während ich das hier aus meinem Rucksack auspacke. Als erstes habe ich hier noch ein Päckchen abgeholt und das können wir gleich auch zusammen auspacken. Aber am interessantesten ist, ich habe das hier gekauft. Und das ist so ein neues Ding für Locken über Nacht. Ich habe die letzten zwei Wochen oder so immer mit diesem Einhorn-Braid-Ding geschlafen. Und es ist okay, aber ich bin noch nicht zu 100% happy und deswegen dachte ich, probiere ich das einfach mal aus. Und dann habe ich noch so ein Wasserspray und so Söckchen gekauft. Das ist eigentlich gar nicht interessant. Aber ich mache mal gerade das Päckchen auf. Ich war nämlich schon lange auf der Suche nach einer coolen roten Handtasche, weil ich habe ja die roten Adidas Campus und bin dann auf die hier gestoßen. Das ist die gute. Ich muss sagen, ich habe mir das Muster ein bisschen anders vorgestellt, aber sie ist ganz cool. Ich finde, auf dem Video sieht sie größer aus, als sie ist. Wenn ich jetzt so mein Handy... Ja doch, ich glaube, die hat ganz gut Stauraum. Ich gucke mal, ob ich den Link dazu noch finde, weil irgendwie war die Seite ein bisschen weird. Aber sie ist auf jeden Fall angekommen und ich finde sie echt ganz cool. Also, es ist jetzt 17.30 Uhr und ich habe Feierabend gemacht. Und werde mich jetzt gleich nach draußen auf meinen kleinen Balkon setzen und einfach ein bisschen journalen. Da bin ich nämlich in den Tagen überhaupt nicht zugekommen. Und ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich mache immer so eine Doppelseite für jede Woche. Ich kann euch da auch nachher nochmal genauer was zeigen. Auch einfach, um es für mich selber so damit abzuschließen und am Ende des Jahres auch so drauf zurückschauen zu können, was ich hier so alles gemacht habe. Außerdem werde ich jetzt noch eine Wäsche anstellen. Und das war es eigentlich auch schon, was heute ansteht. Ich habe mich jetzt noch für die Woche zum Essen gehen verabredet. Und mal schauen, was sich sonst noch so ergibt. Und wollte dann nachher nochmal ein bisschen ein Video schneiden und generell so planen, was die Woche so online kommt. Weil ich das ein bisschen vernachlässigt habe zuletzt. Aber ja, ich denke, ihr werdet das schon gesehen haben, wenn dieses Video hier online kommt. Weil ich hänge so zurück mit Schneiden. Ich bin gerade wirklich irgendwie in Woche drei oder so. Also ja, da kommt auf jeden Fall noch was. Aber es dauert halt einfach. Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr mich hier hört. Es ist auf dem Balkon unfassbar laut. Aber es ist einfach 19.30 Uhr. Ich sitze immer noch draußen. Ich habe die ganze Zeit gejournalt. Und habe mir jetzt gerade Abendbrot gemacht. Das werde ich jetzt manchen. Und dann einfach noch ein bisschen weiter journalen. Solange es noch hell ist hier. Und ich finde es einfach ganz toll gerade. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl, dass ich vielleicht was verpasse. Weil ich einfach nur hier rumsitze. Und ich könnte hier in Berlin so viel machen. Aber es tut mir, um ehrlich zu sein, richtig, richtig gut. Einfach jetzt nach diesen zwei, drei Wochen, wo ich eigentlich jeden Tag unterwegs war. Einfach hier zu sitzen, zu journalen. Ein bisschen Podcasts zu hören. Ich höre gerade A Better You von Fernanda Ramirez. Ich weiß es immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Sie sagt den Namen so oft, aber ich merke es mir nie. Aber ja, ich werde jetzt hier mein Abendbrot noch essen. Und dann gleich mal schauen, dass ich meine Haare in dieses neue Lockenzopfding da wickele. Und bin mal gespannt, wie das dann morgen früh aussieht. Also es ist mittlerweile dunkel draußen. Und ich habe jetzt gerade dieses Haarduttwellending da in meine Haare gemacht. Ihr seht das auf TikTok. Da habe ich das gerade ein bisschen mitgefilmt. Und bin da jetzt dabei, das dann zu schneiden. Und ja, dann ist der Tag auch schon zu Ende. Und ich weiß, er hatte wahrscheinlich für euch jetzt gerade hier nicht so viel Inhalt. Aber für mich war es richtig cool und einfach mal wieder richtig entspannt. Ich habe hier übrigens eine neue Kette. Also hier habe ich ja immer die Pandora-Kette an, wo Paul sowas reingraviert hat. Und am Wochenende war ich jetzt bei Necklace. Die gibt es in Hamburg, Münster und hier in Berlin. Und das ist mega, mega cool. Man kann da so aus ganz vielen verschiedenen so Basic-Ketten halt auswählen. Und dann so verschiedene Verschlüsse und halt so Charms und so dran machen. Und ich habe mich auch hier wieder für einen kleinen Dino entschieden. Habe hier so ein rosanes Bubble gemacht. Einfach mit so drei rosa Perlen. Und das kann ich halt immer abmachen, weil das hier am Verschluss hängt. Und habe hier noch so eine kleine süße Schleife. Und ja, währenddessen chillt auch mein Dino hier. Und ich habe auch neue Ohrringe von H&M. Und die sind immer noch von Pure Lay. Die trage ich schon Ewigkeiten. Die kann ich auch wirklich nur empfehlen. Aber ich habe von Necklace mittlerweile auch einen Ring und einen Armband. Also ich bin mega überzeugt von dem Laden. Und die werde ich jetzt aber gleich zum Schlafen ausziehen. Und mich dann hinlegen und morgen früh ins Büro gehen, damit ich wieder was von meinem Nachmittag habe. Und ich bin mega überzeugt von H&M. Also ich bin zurück von der Arbeit. Ihr seht schon, hinten ist mal wieder Chaos. Weil irgendwie hat dieses Zimmer halt nur diesen Schrank mit Stauraum. Und das ist mir viel zu wenig. Deswegen fliegt hier immer irgendwas rum. Und der Wäscheständer steht gefühlt auch immer da. Nervt mich ein bisschen. Aber müssen wir mit klarkommen. Und wir haben jetzt einfach schon 18.30 Uhr, weil ich heute einfach unfassbar lang gearbeitet habe, weil es so viel zu tun gab. Aber ich habe mir da jetzt schon einfach Brot gemacht und werde das jetzt essen und dann noch ins Fitnessstudio gehen. Und gleich meiner Kopfhaut erstmal eine Kur gönnen. Weil es ist gerade Allergiesaison. Und ich weiß nicht, wer von euch auch mit trockener Haut oder Neurodermitis oder so zu tun hat. Aber das so in der Hauptpollensaison, da ist meine Haut einfach so trocken. Aber ich habe da was vom Arzt. Das kommt da gleich drauf und dann kann das noch ein bisschen einwirken. Und dann gehe ich nachher Oberkörper trainieren und dann einfach so eine vollkommen voll in den Schauer im Fitnessstudio machen. Und das war es dann auch schon wieder für heute. Also es ist wirklich so schwer unter der Woche mitzufilmen. Und ich sage das in jedem Vlog. Aber ich schaue mal, ob ich mir da für die nächsten Wochen nochmal was anderes überlegen kann. Aber ich merke es auf jeden Fall, dass es mir ganz gut tut, dass ich die Woche an sich so ein bisschen ruhiger mache. Und dann kann ich die nächsten drei Wochen nochmal mir jeden Tag was vornehmen, um einfach noch die restlichen drei Wochen Berlin ordentlich auszukosten. In meiner letzten Woche kriege ich auch noch Besuch. Also sind es dann nur noch zwei Wochen, die ich so alleine hier habe. Aber ich werde mich jetzt da hinten hinsetzen, ein bisschen RU-The-One schauen und meiner Kopfhaut eine kleine Maske verpassen.